Willkommen in dem Wahnsinns-Spiel von EA auf Caspian Sea. Es wird wieder ein Abenteuer auf dieser Map in diesem Wahnsinns-Spiel. Ja, dann geben wir mal Gas. Bugs for the win! Jetzt haben wir gerade kurzzeitig keinen Sound gehabt. Das macht dann öfters mal Spaß. Oh ja, das ist etwas, was auch gar nicht da ist. Das haben wir gerade gesehen. Das war jetzt ein Punt, ein Helikopter, der auch Wahnsinns ist. Auch nicht wirklich gehört hat, nicht wirklich mitbekommen hat. Erst nachdem man das gelesen hat, konnte man überhaupt identifizieren, dass es ein Helikopter war. Jetzt werde ich wieder wie auf Eis irgendwo hingezogen. Das ist Wahnsinns. Es hat den Panzer gerade mal um 90 Grad gedreht. Ohne irgendwas zu tun. Dafür oder dagegen. Jetzt wird der Panzer wieder wieder auf Eis umgedreht, sodass ich ihn auch anders anstehe. Das läuft alles sehr wahnsinnig. Ja, das läuft alles sehr wahnsinnig. Ja, das läuft. Das läuft. Ja, das ist ja klasse. Super. Ja, ne toll. Ja, das ist... Hammer. Ein 8er Ping habe ich hier. Also... Perfekt für jeden Gegner. Naja. Und weiter geht's. In die nächste Backschlacht. Ja, jetzt haben wir wieder kein Sound mehr gehabt gerade. Weil der Panzer geschossen hat. Und der gesamte andere Sound wird dann integriert. Spiel. Eure эффzelt... Ja, etwas drauf... Und días. die prallt hier gegen den stein die jabberlin ich kann das Panzer nicht anvisieren Ach. Der hätte eigentlich tot sein müssen, aber auch im Battlefield kann man durch Soldaten durchfahren, das hat man gerade gesehen, ich habe es ja für alle dokumentiert, man kann also durch Soldaten durchfahren ohne sie zu töten, weil deswegen macht man das, man fährt auf die Soldaten zu, um sie nicht sterben zu sehen, weil deswegen fährt man dagegen. Ja, sehr sinnvoll. Ja, das war die schöne Map Caspian Sea, bis zum nächsten Mal.